Mit der Zeitung Omlicamp konnte man ja in der Vergangenheit, seit 2012, sehr gute Tilescans machen, um Einzelzeitversorgungen ohne Inläsern oder wenn jetzt Herzensschritten. Was immer so ein bisschen tricky war und sehr aufwendig war, war eben die ganz tiefe Abformung. Und da ist die Crime-Scan einfach der Game-Sensor. Mit der Crime-Scan kann man mittlerweile wirklich kinderleicht durch die Komplette zu tiefer abscannen. Wenn man bei der Omlicamp zeitweise nochmal Puder gebraucht hat, um repetierende Flächen abzudecken, entfällt das bei der Crime-Scan. Seitens von der divulge possibile 2026 in meus 5.500.000 Euro Abstop ancestralistenten Schriftlich f端ge 502.500.000 Euro Abstop Ihr Konsors 2.500.000 Euro Abstop 2.500.000 Euro Abstop